Wir schreiben das Jahr 2003. Anime of Airtel 2 haben zu diesem Zeitpunkt bereits mit Pokémon, Digimon und Dragon Ball Z alles zerstört. Aufgewachsen als einer der berüchtigten Millennials habe ich diese Ära komplett miterlebt. Pokémon auf dem Game Boy und Dragon Ball Z Actionfiguren im Regal. Zu dieser Zeit ist mein Interesse am Zeichnen immer größer geworden und ich begann Anime-Charaktere nachzuzeichnen. Da mich meine Mutter kreativ unterstützen wollte, hat sie mir angeboten im nahegelegenen Schreibwarengeschäft in Stuttgart neu geräut, Props gehen raus an die Hood, einen Manga meiner Wahl zu kaufen. Manga mit japanischer Leserichtung wie Dragon Ball gab es hierzulande schon in den 90ern, aber die waren damals in der breiten Masse in Deutschland nicht so sehr bekannt. Deshalb war dieses Medium eine völlig neue Welt für mich. Ein Manga Magazin namens Banzai ist mir sofort ins Auge gesprungen. Auf dem Cover war einfach Raffi und Konsorten. One Piece war damals der heiße neue Shit. Das musste ich haben. Diese Zeichnungen, dieses Papier, das schwarz-weiße mit unendlich vielen Graustufen hat sofort etwas mit mir angestellt. Ich fühlte mich inspiriert. Das Banzai Magazin war damals das deutsche Äquivalent zum japanischen Shonen Jump, also eine dicke Manga-Ausgabe, in der diverse Kapitel zu verschiedenen Manga vertreten sind. Zu diesem Zeitpunkt waren im Banzai Magazin Newcomer wie Shaman King, Hikaru no Go, Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh, Naruto richtig gehört und der One Piece Prototyp Romance Dawn. Diese Serien sind heute Legenden, auf deren Einfluss komme ich später noch zu sprechen. Meine Mutter hat mir die 5 Euro hingelegt und mir das Manga Magazin gekauft, mit dem Versprechen, dass ich später auch mal Comiczeichner werde. Das Versprechen konnte ich leider nicht halten, aber es war der Beginn einer neuen Ära, die mich bis heute begleiten sollte. Beim erstmaligen Lesen des Banzai Magazins kannte ich bis dato nur One Piece und Yu-Gi-Oh aus dem TV. Aber gedruckt und gezeichnet sahen sie anders aus. Die wenigen Farbseiten hatten diesen charakteristischen Wasserfarben-Look, den man heute von vielen Manga-Cover-Bildern kennt. Und die Schwarz-Weiß-Seiten waren so cool gezeichnet. Die Action-Szenen mit ihrem dynamischen Strich, die bildfüllenden Panels, die Sprechblasen, alles war so unglaublich cool daran. Naruto kennt heute jedes Kind. Damals lief der Anime hier aber noch nicht mal im Fernsehen. Mein erster Berührungspunkt war also der Manga. Ich fand den Artstyle sofort packend. Die facettenreichen Ninjas mit ihrem coolen Klamottenstil kombiniert mit einer kreativen Geschichtenerzählung. Die optische Perspektive auf die Figuren gefiel mir. Der Anime fängt das schon gut ein, aber im Manga ist es einfach nochmal etwas anderes. Im Manga kannst du entscheiden, wie lang eine Szene geht. Wie lang du eine Seite offen lässt und das Bild auf dich wirken lässt. Du kannst hin und her blättern. Ganz in deinem eigenen Tempo. Wie das Papier sich anfühlt. Sogar wie es riecht. Solche Dinge machen das Manga-Lesen zu einem eigenen Erlebnis. Weder besser noch schlechter als Anime. Einfach anders und sogar ergänzend. Ich weiß noch, wie ich irgendwann von Naruto, nachdem ich eine Anime-Folge geschaut habe, den Manga aufgeschlagen und das gleiche nochmal gelesen habe. Dieser Synergie-Effekt von Manga und Anime ist eine ganz besondere Erfahrung, die ich jedem empfehlen kann. Ein gutes Beispiel ist Yu-Gi-Oh! Jeder Anime-Fan hat zumindest einmal ein paar Folgen geschaut. Sei es auf RTL 2, auf Netflix oder YouTube. Und wir alle lieben die deutsche Synchro mit Yami-Yogi, Bakura, Marik und natürlich Seto Kaiba Himself. Einigen von euch ist vielleicht bekannt, dass sich die deutsche Fassung, trotz der guten Synchro, von der japanischen drastisch unterscheidet. Im japanischen ist es ungeschnitten. Man sieht Waffen, Tod und Gewalt, samt religiösen und okkultistischen Symbolen, wie Kreuze und Pentagramme. Schreibt mir auf Instagram oder Twitter unbedingt eure Meinung zur japanischen Fassung von Yu-Gi-Oh!, falls ihr sie mal geschaut habt. Was, wenn ich euch erzähle, dass der Manga die Menge an Brutalität, Toten und psychischer Gewalt den Anime um Lichtjahre übertrifft? Gleichzeitig werden positive Aspekte wie die Freundschaft von Yu-Gi, Joey und Co. ausführlicher und besser herausgearbeitet. Ganz zu schweigen von Kazuki Takahashis bizarren und einzigartigen Monster-Design. Viele Designs waren Vorbilder für frühe Yu-Gi-Karten, wie der klassische Weiße Drache und natürlich die legendäre Exodia. Meiner Meinung nach das beste Monster-Design überhaupt. Das wurde nur noch vom Klamotten- und Frisurenstil der Hauptcharaktere übertroffen. Anfangs ging es sogar noch gar nicht um Karten, sondern um Spiele im Allgemeinen. Der Anime hat den Fokus auf das Kartespiel Duel Monsters gelegt, weil es als populärer wahrgenommen wurde. Der Unterschied zwischen Anime und Manga ist stellenweise so groß, wie der von Kuribu und dem blauäugigen ultimativen Drachen. Der Yu-Gi-Oh! Manga hat mich meine komplette Jugend begleitet. Es gibt Anime-Adaptionen, die sehr nah am Manga sind, weil sie sich unter anderem gut adaptieren lassen. Beispielsweise Detective Conan, Death Note oder der Shonen Hit One Piece. Die Bildkomposition ist so gestaltet, dass es dann wirklich eher auf Texte ankommt, vor allem Death Note. Weniger um die Inszenierung, deshalb funktioniert die Anime-Umsetzung wirklich so gut und teilweise eins zu eins. Andere hingegen unterscheiden sich in gewissen Aspekten, beispielsweise Inuyasha. Im Manga sind die Charaktere mit leicht rundlichen und süßen Gesichtern gezeichnet. Beim Anime hat man sich für etwas schmalere Gesichter entschieden, vermutlich damit die Figuren erwachsen und realistischer erscheinen. Ein bekannteres Beispiel ist Hunter x Hunter vom legendären Mangaka Yoshihiro Togashi. Der vom Studio Madhouse produzierte Anime sieht unnormal krank gut aus, den jeder Shonen-Fan gesehen halten sollte. Der Manga schwang stark von detailreichen Panels zu sehr schlicht gezeichneten Seiten. Dennoch ein großartiges Werk und dessen Schöpfer Togashi Sensei ist meiner Meinung nach einer der besten Shonen-Manga-Cut überhaupt. Wusstet ihr, dass er vor Hunter x Hunter einen Manga namens Yu Yu Hakusho erschaffen hat? Wahrscheinlich nicht, weil dieses Kunstwerk hierzulande nie richtig erschienen ist. Der Manga ist sogar abgeschlossen und den Anime gibt es Gott sei Dank endlich auf Netflix zu sehen. Wenn ihr Hunter x Hunter liebt, dann müsst ihr einfach Yu Yu Hakusho schauen. Und wenn ihr Netflix nicht habt, schaut's auf YouTube. Wenn ihr die erste Folge geschaut habt, dann wisst ihr, was ich meine. Viele von uns, mich eingeschlossen, sind mit dem Anime zu Dragon Ball und Dragon Ball Z aufgewachsen. Eine fantasievolle Welt, herzerwärmende Charaktere und dynamische Kämpfe, die immer ein neues Superlativ erreicht haben. Hand aufs Herz, Leute. Wer hat nicht schon einmal in seinem Leben versucht, die Stufe eines Super Saiyajin zu erreichen? Auch wenn ihr den legendären Anime in- und auswendig kennt, lohnt sich dennoch ein Blick in den Manga. Die bedeutungsvolle Bildsprache hatte ihren Ursprung. Der Dragon Ball Schöpfer Akira Toriyama ist ein Meister darin, Bewegung und Dynamik in seinen Zeichnungen zu vermitteln. Ihr wisst intuitiv, wo ihr beim Lesen hinschauen müsst, welche Bewegung auf welchen Schlag folgt, welcher Kick durch welchen Sprung gekontert wird. Toriyama Sensei versteht es wie kaum ein Zweiter in einem Panel, ein Panel ist eine Komposition von Bildern in einem Manga, dem Leser Orientierung und Übersicht zu geben. Dragon Ball ist die Blaupause für das Fightin Shonen Genre. Und viele Serien, die wir heute kennen und lieben, haben Dragon Ball und Akira Toriyama als Vorbild. Legenden wie Naruto, Bleacher oder One Piece würde es ohne Dragon Ball so in dieser Form nicht geben. Unzählige Manga kann bezeichnen Akira Toriyama als ihr Vorbild. Und Dragon Ball war sogar der Lieblingsmanga von One Piece Schöpfer Eichiro Oda. Es gibt sogar ein Dragon Ball und One Piece Crossover, an dem beide Zeichner zusammengearbeitet haben. Oda Sensei ist meiner Meinung nach einer der wenigen Shonen Mangaka, der Toriyama Sensei in Sachen Bildkomposition das Wasser reichen kann. Ihr kennt alle diese großen Doppelseiten in One Piece, in der man beispielsweise eine Piratencrew sieht, eine Ansammlung von Menschen oder eine Szene, in der gerade eine Party gefeiert wird. Jede einzelne Figur macht etwas anderes, etwas Charakteristisches. Oda legt uns dazu ein, seine Szenen zu erkunden. Überall gibt es diese kleinen, visuellen Feinheiten, die man manchmal erst auf dem zweiten Blick erkennt. Beispielsweise Shanks Crewmitglied, der dicke Typ, der im Hintergrund schillt und in ein fettes Fleischstück reinbeißt. Sein Name ist Lucky Rue. Zick Kapitel später sieht man ihn wieder mit der gleichen Geste und dieses charakteristische Merkmal triggert in uns die Erinnerung. Ah, den kenne ich doch. Oder man hat einen handlungsrelevanten Dialog und im Hintergrund ist Frankie zu sehen, der seinen Super Frankie macht. Der One Piece Manga ist reich an solchen Momenten. Im Anime kann sowas untergehen, weil die Szene sehr kurz sein kann. Aber Manga kann ich das Bild auf mich wirken lassen. Solange ich möchte. Nun kommen wir zu einem Meilenstein, der sich tief in den Manga Olymp einzementiert hat. Ein Werk, das das Medium Manga definiert. Ein Epos, das das Alpha und Omega im Dark Fantasy Genre bildet. Berserk von Kentaro Miyura Berserk schöpft das Medium Manga komplett aus. Jede einzelne Seite ist ein Gemälde und man kann sich an den Bildern nicht satt sehen. Der Mangaker hat in jedem Panel unglaublich viel Detailarbeit geleistet und bei jedem Mal draufblicken entdeckt man etwas Neues. Die Action Sequenzen sind ein Genuss. Im Kampf wird ein anderer Zeichenstil genutzt. Der Strich ist breiter, gröber und dreckiger. So bekommen wir als Leser das Gefühl von Dynamik und Brutalität vermittelt. Jeder, der den Manga kennt, weiß, dass Berserk eigene Maßstäbe in Sachen Brutalität und Gewalt setzt, die als 1 zu 1 Anime Umsetzung sehr kontrovers wäre. Trotz alledem, oder gerade deswegen, hat dessen Hauptcharakter Guts unglaublich viel Tiefe. Jede entdenkliche Grausamkeit, die in der dunklen, mittelalter angehauchten Welt passiert, ist ihm ebenso widerfahren. Anfangs noch ein Held mit reinem Herzen, der böse Menschen und Dämonen bekämpft. Später fragt man sich als Leser, ob Guts nicht schon selbst teuflische Züge bekommen hat und das, was er tut, aus purem Genuss am Hass macht. Das spiegelt sich auch im Zeichenstil wieder. In Kampfsequenzen vermischt sich das Fleisch und das Blut mit allem, was im Bild zu sehen ist. Ganz zu schweigen von den Linien in seinem Gesicht, der eine ganz eigene Sprache sprechen. Berserk bietet vielschichtige Ebenen, in die man unglaublich viel hineininterpretieren kann. Der Anime aus den 90ern deckt leider nur die anfänglichen Kapitel ab. Es gibt jedoch eine aktuelle CGI-Umsetzung, die jedoch nur gewisse Arcs abdeckt und das nicht vollständig und ausführlich. Und dadurch, dass der Anime fast komplett aus CGI besteht, geht viel vom grandiosen Artdesign des Manga verloren. Ich frage mich, ob man überhaupt einen Manga mit dem aufwändlichen Zeichenziel von Berserk in ein Anime-Werktreu umsetzen kann. Jeder Mensch, der etwas mit Manga anfangen kann, muss einfach Berserk gelesen haben, um das Medium in seiner Gänze zu fühlen. Die ersten Kapitel sind noch schlicht gezeichnet, aber die Welt von Berserk wird euch sofort nach dem ersten Durchblättern in den Bann ziehen. Versprochen. Der Zeichenstil steigt im Verlauf der Handlung enorm an und ihr könnt in späteren Volumes von jeder beliebigen Seite einen Screenshot machen und das als Hintergrundbild nutzen. In diesem Essay habe ich den Fokus stark auf Bildgestaltung gelegt und das, was das Medium Manga als solches einzigartig macht. Ich bin auf die Werke eingegangen, die mich begleitet und inspiriert haben. Welcher Manga hat euch inspiriert? Und gibt es ein Werk, das ich hier noch nicht genannt habe und ihr safe empfehlen könnt? Lasst auch ein Like und ein Abo da, das hilft mir ungemein für den Algorithmus und ihr hilft mir dabei wirklich dieses Projekt weiterhin zu bewerkstelligen. Ich weiß natürlich, dass es Meilensteine wie Astro Boy gibt, deren Bedeutung und Wichtigkeit für das Medium Manga und Anime nicht weg zu diskutieren sind. Oder der Action-Klassiker Fist of the North Star, der brachiale Gewaltkämpfe auf ein neues Plateau gehievt hat. Selbstverständlich darf eine Legende wie Sailor Moon, die das Magical Girls Genre im Alleingang reanimiert hat, ebenso wenig vergessen werden. Manga ist ein so großes und reichhaltiges Medium mit unzähligen Genres, das für jeden etwas bietet. Deshalb, geht in die nächste Buchhandlung, sucht nach der Manga-Ecke und blättert unverbindlich in einem Band herum. Der Moment, in dem ihr inspiriert werdet, wird schnell kommen. Versprochen.